Ja, passiert leider nicht viel. Einzelne gehen immer wieder. Ich bin mit einer Gruppe kämpfen, aber das ist unmöglich. Ich bin mit einer Gruppe kämpfen zu irgendwo. Oh, der Level ist einfach gut. Okay, hier geht's. Okay, hier geht's. Okay, hier geht's. So, hier geht's. Ich bin mit einer Gruppe kämpft. Ich bin mit einer Gruppe kämpft. Das ist einfach nur leer hier. So schade. Ein Traum ist es einfach mal durch das Let's Play so viele Menschen anzulocken, dass wir drei Reiche eigentlich durch das Let's Play und die Livestream dann zusammen kämpfen. Damit wirklich nur ein bisschen Spaß macht. Ja, das was eigentlich der Spaß ausmacht, existiert wieder. Und, ja, da dürft ihr natürlich alle mitmachen. Wie früher er kommt, desto besser. Sehr viele Vorurteile dadurch. Ja, würde sicher dein Entwickeln und so gefallen. Voll eher aus Essen. Hate. Kann man sich nur Hate nennen. Ja, toll. Hier ist ja nix. Mein Schatz. Keine mehr. Doch. Ich, ja. Das heißt eigentlich OL. Oh. Das ist nix OL. Das muss irgendwo hier sein. Was ist OL? Off Wow, this is the gross Ein kleiner Teddy-Bear-Storm. Und das lag wieder. Ich kann hier irgendwo leben, leben mal hier ein bisschen, mal ein Bärbäufchen, ziehe irgendwo mehr Bärbäufchen, naja das reicht, muss ich aber nicht, dass der mich angreift, ohne Grund. Ich war nicht mal nahe dran. Bisschen kleine Schätze hier. Außerdem hier, eh hier ein bisschen. Also droppen durch dieses geheimes Paket, alles von der Request. Ja, Szene. Jetzt wieder stehen, bitte. Okay. Oh, das ist noch eine. Komm, schnelle. So. Natürlich nichts bekommen. Warum? Das Spiel geht ja nicht ums weiterkommen, sondern ums nicht weiterkommen, ums faulen, ums langweilig machen. Oh, ist das grell. Die übertreiben wahnsinnige Überbeleichterungseffekte. Schrecklich. Der Mond ist winzig klein draußen. Das heißt, weit weg. Und hier ist es so gross wie ein... Ja, weiß auch nicht. Das ist mega gross. Das sehen sie noch nicht. Hier gibt's nix jetzt. Der Mond darf nie am Tag zu sehen sein. Der Mond darf nie am Tag zu sehen sein. Der Mond darf nie am Tag zu sehen sein. Ja, ichด mein Fuß ich bin. Ja, ich höre. Mhm. Und zieh ihn doch! Wenn du nicht schießt, ist der Harte... Wenn du nicht schießt, der Harte... ...die Spawner ist ja mal extrem niedrig... Das verliere ich noch, weil die ganze Zeit mehr ausweicht. Was ist los? Boah! Shit! Also ich kann nicht mehr... So wenig Bock! ... 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 Gibt's 2 Stunden davor schon essen. Sie isst nur Fleisch. Rohes Fleisch. Eine Plage. Aber sie geht immer zu mir. Obwohl ich kein Fleisch geh. Was könne ich denn noch ein Fleisch? Hm! Ok, verschieben geht das auf den Ort. Ich hab mir dann sehr wenig Bock auf den ganzen Tag schon gespielt und ja, von halb 4 Uhr bis 13 Uhr geht jetzt wieder so lange. Okay, wir machen das nächste Mal hier mit der Ice Quest weitergehen nach Gokstadthafen und schauen mal, sonst geht es vielleicht wieder ein Level ab und dann gibt es neue Quest. Ja, seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.